servus leute und willkommen zum neuen video ich möchte euch heute mal ein mini 3 bein mini stativ zeigen was ich mir gekauft habe und zwar ist es hauptsächlich für mich zu hause für meine videos die ich dann immer hier am schreibtisch mache um nicht immer so ein riesen stativ auf warten aufstellen zu müssen weil es dann doch schon ziemlich viel platz weg nimmt so sieht das ganze hier draußen auf und ich habe das jetzt mal hier ausgepackt so wird das ganze geliefert hier es ist einmal eine anleitung mit einem kurzen schlüssel wo das ganze beschrieben wird ist aber relativ easy wie ihr gleich sehen werdet hier ist eine halterung für handy die man da auch nutzen kann nehmen kann und dann natürlich noch die tasche mit dem stativ so sieht das ganze jetzt mal aus ich habe das jetzt da ist normalerweise so ein nöppel drauf da habe ich jetzt gerade weg gemacht gehabt aber wie gesagt er ist zum schutz da oben drauf es ist eine schlaufe dabei wo man das ganz einfach dann auch gut halten kann und ja das ist eigentlich relativ einfach aufgebaut einmal die füße zur seite rausziehen und das war schon das einzige was man machen kann ist hier oben einfach aufdrehen ne lock ist hier so wie ihr seht hier ist lock also unlock rausziehen zumachen und fertig so sieht das ganze dann jetzt auch mal in ausgefallen zustand aus ich mache es wieder kurz zusammen dann kann es besser sehen so sieht es jetzt aus und wie gesagt das ist jetzt wirklich sehr sehr einfach auch aufgemacht man kann es auch wirklich mit kompaktkameras nutzen die ich habe jetzt die mit der ich normalerweise die videos mache die ist jetzt auch gerade am in arbeit das heißt die kann ich jetzt nicht zeigen aber ich würde es einfach mal mit einer anderen kamera zeigen die ich habe und zwar ist es eine action cam die passt hier auch drauf weil es ist auch ein viertel zoll gewinde und dementsprechend kann man dann jede kamera sei es spiegelreflex sei es eine kompaktkamera oder einfach auch so ein handy adapter wie ihr da gesehen habt hier relativ einfach drauf machen wird dann einfach drauf geschraubt kann man dann hier wenn man will auch irgendwie einklappen umklappen und so weiter und so weiter zack fest und das ist wirklich eine ganz einfache möglichkeit das heißt ihr seht auch schon man kann es auch einfach in die hand nehmen und kann damit auch gut filmen kann ein bisschen rumgehen kann dann auch schnell die beine aufklappen zack und schon steht es das war es schon wie gesagt einfache lösung kleine lösung vor allem die man auch wirklich mal mitnehmen kann denn zusammen klappt sind glaube ich mal 20 25 cm lang und dementsprechend ideal für unterwegs für die reise aber auch vielleicht mal für eine kleine vor der tour genau ansonsten wie gesagt es ist alles aus metall es ist alles fest ich bin damit zufrieden ich habe jetzt meine letzten videos damit schon gemacht und da mache ich meistens so dass ich hier so aufrecht das ganze mache geht auch man darf nicht wirklich dran stoßen beziehungsweise ein bisschen aufpassen aber ansonsten ist es wirklich sehr einfach und auch vor allem sehr stabil das einzige vielleicht noch als Bemerkung spiegelreflexkameras kann man auch drauf machen da muss man wirklich darauf achten dass die balance auch einigermaßen passt hier darf man nicht einfach was drauf machen weil dann kann es natürlich umfallen weil es ist ja trotzdem nicht das größte stativ was jetzt auch habe gut das war es jetzt von mir wenn ihr jetzt noch fragen haben solltet zu dem ganzen thema meldet euch einfach bei mir in den kommentaren und ich würde mich dann kurzfristig bei euch zurückmelden und euch eure fragen oder auch eure lückfragen die ihr vielleicht bestimmt auch habt beantworten danke euch und bis zum nächsten mal servus bitte 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 Vielen Dank.